Der Artica LSH2500. Der LSH2500 zeichnet sich durch seine Dualfunktion als Laubsauger und Laubbläser aus, wobei der Wechsel zwischen dem Modi mühelos mit einem einfachen Hebelumschlag möglich ist. Die praktischen stabilen Laufrollen unter dem Saugrohr unterstützen eine leichte Handhabung und Führung des Geräts. Angetrieben wird der Laubsauger von einem robusten 230 Volt Elektromotor, der mit einer Leistung von 2500 Watt aufwartet. Die Geschwindigkeit des Motors lässt sich stufenlos zwischen 6000 und 14.000 Umdrehungen pro Minute regulieren, was zusammen mit der leistungsfähigen Häckselturbine zu einer Reduktion des Laubvolumens um bis zu 90 Prozent führt. Mitgeliefert werden ein Schultergurt und ein Auffangsack, der ein Fassungsvermögen von 45 Litern aufweist und mit einem Reißverschluss für die einfache Entleerung versehen ist. Die Blasgeschwindigkeit des Geräts kann eine beeindruckende Marke von bis zu 270 Kilometern pro Stunde erreichen, was es ermöglicht, auch nasses Laub- und Grasschnitt effektiv zu bewegen. Bei der Konzeption des Artikel LSH 2500 wurde großer Wert auf Ergonomie gelegt, was sich in einem angenehmen Gewicht von rund 3,6 Kilogramm widerspiegelt. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.